Passt lieber gut auf, das wird nämlich ein holpriger Rügel. Das ist sogar besser als jedes Schiff. Und jetzt freie dich! Wird nicht erkennen, aber ich brauche meine beiden Flügel, um mein geliebtes Leben festzuhalten. Da ist die Königin K. Verflitzt, ein Orkan hält auf uns zu. Ein Orkan? Echt, Käpt'n Finn? Jetzt geht's um alles. Kannst du auch mit Turbo Mega Super Tempo schwimmen. Na und ab! Warum muss immer alles so beängstigend sein? Na ja, weil ich immer aus allem ein Abenteuer mache.